Hi Leute, warte. Ich mache heute ein Infovideo. Erstens, warum ich das Video mache. Dann noch über das Reitervideo. Und das Video für das Reifeisen und meine Reiter-Sachen-Kohle zu zeigen. Und ja, fangen wir an. Erstens, warum ich das Video gemacht habe, das von KG, also Schriftstrich-Klanten-Nastik. Ähm, also ich habe das mal gemacht, weil ich nur sagen wollte, dass ein Infovideo kommt. Und, und, ähm, ja, weil ich schon lange keine violette Sachen gezeigt habe, die werde ich noch zeigen. Ich habe hier schon neue Karten bekommen. Bekommen. Und, ja, ähm, und, ja, das war's. Wenn das Video, ähm, nicht schön war. Also ich habe das Video gerade schnell gemacht und so. Und deswegen ist es mir schon gut gelungen. Und dann das nächste, wenn ich ein Reiter-Video, ähm, ich mache das vielleicht, ich frage mal meine Reiterlehrerin, ob ich das machen kann. Weil meine Freundin, die mir dabei hilft, die wohl bei dem, bei der Querbesiegnung mit im Video war. Sie war auch nicht nur, äh, zusammen dabei. Und das werde ich dann tun, ähm, aber ich muss erst mal eine Reiterlehrerin fragen und ihr werdet es jetzt dann sehen, ob ich's machen werde. Kommt dann irgendwann ein Video. Und ich halte mich gedulden. Und dann, ähm, wegen dem Grauteisen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wann ich das machen soll. Vielleicht muss ich auch alleine gehen. Aber irgendwie habe ich ja nicht so alleine zu gehen. Ähm, vielleicht gehe ich noch mit einer anderen. Die andere oder der eine. Ähm. Ja. Ja. Ähm. Dann noch was. Ähm. Kurzes, ähm, anderes Thema. Wegen den ganzen Abos. Ich finde es komisch, dass, ähm, manche immer... Ich hab vorher 35 gehabt und jetzt hab ich wieder 33 und dann wieder 35 und dann wieder 33. Das finde ich komisch. Wenn ich was falsch mache. Wenn ich was, äh, falsch mache, dann... Ähm, ähm... Ähm... Könnt ihr's mir im Kommentar sagen, wenn ich, ähm, das andere Video lassen soll oder... ...äh, ähm, das ist nicht so. ...mach ein anderes. Aber sonst... Das ist nicht schlimm. Hauptsache, er macht nicht so gute Videos, dass ich keine Zeit hab und so. Ähm, wie's bei einer anderen Firma. Ähm, ja, aber sonst, wenn er sagt, ähm, dass ich das ein bisschen besser machen soll oder, ähm, ein anderes Video machen soll, mal oder so, dann kann er's... ...wirklich gut sagen, also können wir das sagen, also schreiben in den Kommentaren von diesem Video. Und ja, wie sagt, das mit dem Reitervideo, ähm, das werde ich, ähm, immer machen. Werdet ihr das sehen. Das Reifeisen werde ich auf jeden Fall machen. Ähm, ja. Ja. Und das andere Video, das letzte, mach ich auch mal so. Hab ich mal so gemacht. Ja.